Was geht ab Pyro ist dann damit? Herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute haben wir hier eine schöne Feuerwerksmischung für euch. Ihr seht schon, wir haben eine gemischte Tüte dabei. Riesenlibelle, hier schöne Airspinners von Zehner, Regenbogenfontäne von Keller, dann haben wir hier Star of Joy, Chico-Fontänen, vier Elementenfontänen, alles mögliche, eine bunt gemischte Tüte, hier einen kleinen schönen Vulkan. Ich würde sagen, wir zünden aber hier nur die schönen Leuchtartikel für euch und zum Schluss können wir dann hier so einen schönen kubanischen machen, weil, wie ihr seht, es ist dunkel. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit einem Vesuvius von Keller. Auf geht's! Sehr schön mit dem Silber. Boah, was eine Steighöhe, Leute. Echt prachtvoll. Die Brenndauer war jetzt zwar nicht so, der Burner, aber die Steighöhe war dafür umso besser. Ich finde das kleine Ding auf jeden Fall nicht schlecht. Riesenlibelle von Pyroart müssen die sein. Ja, haben wir zwei Stück. Zünden auch beide, würde ich sagen. So, auf geht's. Sehr schön. Die eine ist direkt straight geradeaus hoch. Die andere hat einen kleinen Durchhänger. Das ist nochmal kurz runter, aber dann auch direkt wieder hoch. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir haben hier, das habe ich gerade gesehen, Rauchbälle. Und wir haben eine Vier-Elemente-Fontäne von Nico. Wir haben sogar mehrere Vier-Elemente-Fontänen. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt erstmal nur eine Vier-Elemente-Fontäne und gleichzeitig Rauch. Das sollte ein relativ schönes Bild, denke ich mal, geben. So, ich baue das mal kurz auf. So, auf geht's. Vier Elemente und sechs Rauchbälle. Auf geht's, Freunde. Wird richtig geil. Richtig schöne Rauchentwicklung hier durch die kleinen Rauchbälle. Vier Elemente-Fontäne auch nicht schlecht. Schön farbige Sterne. Jawohl, sehr schön. Schönes Tracking. Das war doch nicht schlecht. Für die kleine Größe auf jeden Fall anschaulich. So, machen wir weiter. Knatterblitze von Nico Feuerwerk. Nico Jigub. Genau. Schön verpackt. So. Knatterblitz. Ein Stück müssen wir es sein. Ja, relativ low. Ist gerade eins vorne. Da braucht man sich nicht so viel zu erwarten. Roman Candle von Veko. Ich glaube, das müsste sogar mit Zalega quasi sein. So, stecken wir uns hier schön in den Boden, dass wir es schön drauf bekommen. Schön schräg. Jetzt geht's. Ja, war okay. War in Ordnung, Freunde. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Vergleich. Funke Röhli. Ebenfalls 10 Schuss müsste das haben. Bin ich mir aber gerade nicht ganz so sicher. Ich glaube, 10 Schuss hat das. Ja doch, da steht es noch. 10 Schuss von Funke. Wenn es denn will. Ah ja, genau. Langsame Schussfolge. Dafür viel schöner. Viel weiter. Jawohl. Schön. Die Sterne auch viel kräftiger, Freunde. Da sind noch römische Lichter. Davon müsste man mal 100 Stück auf einmal machen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr auf so eine kranke Action Bock hättet. Dann kann man das doch gleich für euch machen. So, dann haben wir hier Airspinners von Zehner. So. Zehner Airspinner. Drei Stück. Haben wir auch hier auf Schlag für euch raus. Auf geht's. Na, zwei Stück wollten wir. Ja, dann machen wir direkt noch den letzten. Einer wollte leider nicht. Schirm mit Crackling. Wusste ich jetzt gar nicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, was haben wir noch? Irgendwas vergleichbares. Crackling Bird. Den machen wir aber am Schluss. Ich würde sagen, wir machen auch zwei Teile, Freunde. Können wir euch auf den zweiten Teil demnächst freuen. Was machen wir denn jetzt hier? Komm. Schön dicke Stars of Joy. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, könnt ihr auf jeden Fall gerne ein Like da lassen. Falls ihr mehr solcher Videos haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Machen wir gerne. Ja. Ja. Und dann. Ja. Wir machen. ja das crackling war wohl gut so freunde finale gerade final machen war ich cloud crackling bird und dann als einschlag sandakon max erste krecken wird immer bestand ob sind wir gespannt ob das die 10er vögel denken auf jeden fall das war richtig schön so und dann lockern max entschlag wenn ihr teil 2 wollt schreibt in die kommentare jawohl das war wohl gut und dann vergesst nicht liken abonnieren glocke aktivieren bis zum nächsten mal freunde haut rein